Ich möchte mehrere Zellen oder einzelne Zellen markieren. Das heißt, immer wenn ich eine Zelle anklicke, ist die schon markiert. Das sieht man an dem grünen Rahmen. Möchte ich aber mehrere markieren, klicke ich mitten rein in die erste, halt gedrückt mit der linken Maustaste und ziehe dann dementsprechend auf. Das mache ich auch mit B8 bis B13. Gedrückt halten, linke Maustaste runterziehen, Maustaste loslassen. Auch in der Zeile B16 gedrückt halten, mitten rein und drüber ziehen. Es muss immer dieses dicke weiße Kreuz zu sehen sein, nichts anderes. Und wenn ich Zellen unabhängig voneinander markieren möchte, dann drücke ich die erste ganz normal an, Steuerungstaste gedrückt halten und mit gedrückter Steuerungstaste klicke ich dann dementsprechend die nächste an. Eine sieht immer aus, als ob die nicht mit markiert wäre, aber der grüne Rahmen darum zeigt immer, die ist auch mit markiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.